Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Heute wird es endlich Zeit für das erste Benchmark Video mit dem neuen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Es hat etwas gedauert, aber dafür haben wir heute gleich zwei Smartphones mit diesem Prozessor. Natürlich das OnePlus 10 Pro und das Oppo Find X5 Pro, beide aus dem gleichen Konzern, aber doch in ein paar Punkten unterschiedlich. Wir wollen schauen, wie sich die beiden in den wichtigsten Benchmarks gegen das Samsung Galaxy S22 Ultra und das Apple iPhone 13 Pro Max schlagen und anschließend messen wir dann wie immer auch noch, wie warm die Geräte dabei wurden. Vorab das Übliche, ich habe natürlich alle vier eben neu hochgefahren und wir haben auch keinerlei laufende Apps. Ich zeige euch das der Vollständigkeit halber natürlich auch. Alle sind im gleichen WLAN, nirgends ist irgendwie eine SIM-Karte mit drin, überall ist jeweils die aktuellste Software installiert, also wirklich komplett identische Bedingungen. Und ganz wichtig, wer Benchmark-Videos unnötig findet, der soll sie sich doch bitte einfach nicht anschauen. Ich mache das für die Leute, die sich dafür interessieren, mich eingeschlossen. Und eine Sache vielleicht noch, weil das ja für die Benchmarks auch immer ganz interessant ist, Hochleistungsmodus ist aktiviert. Hochleistungsmodus ist hier auch aktiviert, da seht ihr es ja sogar oben in der Benachrichtigungsleiste und hier ist er dann ebenfalls aktiviert. Damit würde ich sagen, ja bei Apple gibt es sowas natürlich nicht. Starten wir jetzt mit dem Geekbench 5 Benchmark. Ich bin mal gespannt, ob wir hier bei Samsung überhaupt ein Ergebnis bekommen, weil ihr habt das ja sicherlich alle mitbekommen, dass Geekbench die aus den Ergebnislisten ausgeschlossen hat, also das haben sie zumindest vor ein paar Wochen verkündet, das Update, womit dieses Problem gefixt wurde, das ist ja mittlerweile da, aber Geekbench hat gesagt, dieser Bann, der ist permanent. Ich habe jetzt nur nicht verstanden, bedeutet das jetzt, dass mir hier überhaupt kein Ergebnis mehr angezeigt wird oder wird es dann nur später für diese Rangliste nicht verwendet, weil man muss ja dazu sagen, Samsung hatte irgendwie in den letzten Wochen und Monaten schon immer Probleme mit diesem Ergebnis ab. Ihr werdet es gleich sehen. Ich bin mal gespannt, ob wir hier jetzt ein Ergebnis bekommen, wenn nicht, blende ich euch einfach das von vor ein paar Wochen ein. Da hat sich ja nichts getan. Interessant ist vor allem das Ergebnis von den beiden hier natürlich. Ja, ich erzähle schon mal das Wichtigste zum Prozessor bzw. den Prozessoren, denn das ist ja das Interessanteste für den Geekbench-Benchmark. Wir haben hier wie gesagt zweimal den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Das ist ein Octa-Core-Prozessor mit 12 GB RAM, weil ich hier beim OnePlus 10 Pro auch die größere Version habe, also mit den 12 GB RAM. Samsung hingegen setzt hier in Europa auf seinen Exynos 2100 ebenfalls Octa-Core mit 8 GB RAM, weil ich hier die 128 GB Version habe und bei Apple ist es natürlich nach wie vor der A15 Bionic, ein Hexacore mit 6 GB RAM. Was ihr hier jetzt auch noch mal ganz gut vergleichen könnt, ist die Display-Helligkeit. Die beiden hier sind schon auf Maximum, die sind jeweils auf 90%. Also im manuellen Modus werden die beiden hier auf jeden Fall noch mal heller. Aktuellste Software ist installiert, habe ich ja eben erwähnt und bei Samsung kam, also ich nehme das heute hier jetzt am 1. April auf und bei Samsung kam am 31. März, das ist jetzt kein April-Scherz, tatsächlich schon der Sicherheits-Patch für den April. Also da kam gestern noch mal ein Update, werde ich gleich noch mal drüber sprechen, aber ich wollte das einfach noch mal positiv erwähnen. Die sind jetzt auch schon auf Sicherheits-Patch März, aber hier haben wir jetzt eben schon April. Also das geht hier schneller als bei den Pixel-Phones. Ich bin jetzt einfach mal still, lasst das Ganze für euch vorspulen. Ihr könnt ja schon mal schauen, ob irgendwo die Display-Helligkeit nach unten geregelt wird. Das iPhone ist auch schon fertig. Das zeigt hier ja mal wieder ganz gut, wer hier vermutlich den höchsten Score schaffen dürfte. Ich bin mal gespannt, ob wir bei Samsung ein Ergebnis bekommen. Und bin da etwas skeptisch, aber wir sehen und hören uns gleich wieder. Ja, jetzt hat es tatsächlich geklappt. Wir haben überall ein Ergebnis, aber ich sage euch ganz ehrlich, dieser Single-Core-Score hier bei Samsung, der kommt mir viel zu niedrig vor. Ich habe jetzt den vom letzten Mal nicht mehr im Hinterkopf, aber der war, glaube ich, deutlich höher. Nichtsdestotrotz, ich blende euch jetzt einfach mal das Ergebnis vom letzten Mal ein. Da ist das S22 Ultra auch auf der linken Seite. Könnt ihr ja jetzt einfach mal vergleichen. Ansonsten sehen wir hier die beiden Geräte mit dem Snapdragon 8 Gen 1 sehr, sehr eng beieinander. Also vor allem im Single-Core-Score müssten da auch etwas besser sein als das S22 Ultra beim letzten Mal. Ihr habt schon gesehen, das hat schon angefangen, die Display-Helligkeit nach unten zu regeln. Das iPhone gewinnt hier nach wie vor klar, vor allem im Multi-Core-Score. Aber nichtsdestotrotz ordentliche Werte vom Snapdragon 8 Gen 1. Weiter geht es jetzt im Antutu-Benchmark. Wir klicken hier auf Jetzt testen. Beim iPhone seht ihr hier schon den Wert vom letzten Mal. Beim Antutu-Benchmark ist es tatsächlich immer so, dass iOS etwas hinterherhinkt, was die Versionsnummer angeht. Aber das sollten mehr oder weniger die gleichen Tests sein. Kennt ihr ja, bei Android oder unter Android geht das immer etwas schneller. Ich habe schon drauf gewartet. Das ist ja hier jetzt auch noch ein neues Galaxy S22 Ultra. Erzähle ich euch gleich noch. Also ja, das ist ja wieder ein Ton-Festival. Jetzt haben wir es. Aber immerhin das iPhone habe ich geschafft zu muten. Das ist doch schon mal was. Ich finde das auch echt wieder schön, wenn wir hier das Oppo und das OnePlus von vorne betrachten. Wie die sich im Prinzip komplett identisch sind. Wie die komplett ähnlich sind. Ja, ihr könnt ja mal schauen, wo das hier jetzt flüssiger aussieht bei den Vieren. Also ich bilde mir schon ein, da Unterschiede zu erkennen. Ich mache das hier jetzt extra mit 50 Frames per Second. Das wird hier jetzt eine Zeit lang dauern. Deshalb hole ich einfach schon mal aus und erzähle so ein bisschen von dem Update, was gestern, also am 31. März von mir aus gesehen, gestern für das Galaxy S22 Ultra kam. Weil neben dem Sicherheitspatch für April stand da auch wieder Performance-Verbesserungen mit dabei. Ich werde in den letzten Tagen immer wieder von ein paar von euch gefragt, wie es denn jetzt aussieht beim Galaxy S22 Ultra. Ob ich schon was Neues erzählen kann. Ob die Performance signifikant besser wurde. Ich sage euch ganz ehrlich, das war jetzt glaube ich schon das dritte oder vierte Update in den letzten vier Wochen. Also ja, es hat sich was getan. Es ist besser geworden. Ich habe das im Review, im obersten angepinnten Kommentar schon erklärt. Es ist besser geworden, aber es ist immer noch nicht perfekt. Also wenn ich das hier jetzt vergleiche, vor allem mit den beiden hier, bleiben mir hier immer noch wieder so ein bisschen ein paar Ruckler. Ihr werdet das gleich sehen, wenn wir die Temperatur auf der Rückseite messen. Ich habe mir extra nochmal ein neues Galaxy S22 Ultra geholt. Ich habe das natürlich vorher schon mit zwei, drei anderen Kollegen verglichen, aber das ist ja immer nicht das Gleiche, wie wenn man tatsächlich ein eigenes Gerät nochmal neu nutzt. Ich habe mir jetzt extra nochmal eins neu geholt und das hat die gleichen Probleme. Die Performance ist auf jeden Fall besser geworden, aber es ist immer noch nicht das Niveau, was ich mir irgendwie erwarte von so einem teuren Smartphone. Im Vergleich zur anderen Android-High-End-Konkurrenz, aber auch im Vergleich zu einem Galaxy S21 Ultra. Keine Ahnung, vielleicht liegt es wirklich an diesem adaptiven Display, wobei das haben die anderen ja auch und die haben diese Probleme nicht. Also mal abwarten. Und was mich nach wie vor auch sehr enttäuscht, ist der Akkuverbrauch. Ich finde den Standby-Verbrauch im Vergleich zu den beiden hier einfach viel zu hoch, sage ich euch ganz ehrlich. Da hat sich gefühlt noch überhaupt nichts getan, also beim Akkuverbrauch. Ich werde das im Auge behalten. So schnell wie Samsung mit den Updates ist, bin ich optimistisch, dass wir das bis zum Langzeittest in zwei, drei Monaten, wird sich das erledigt haben. Also zumindest diese Performance-Problematik ist ja schön, dass sie was machen, aber ich bleibe dabei. Ich war ja in meinem Review sehr kritisch. Ich habe lang hin und her überlegt, soll ich das jetzt schon posten? Andererseits dachte ich mir, ey Leute, bei so einem teuren Gerät, da müsst ihr einfach Bescheid wissen und das darf einfach nicht sein. Und das war ja in der Vergangenheit bei Samsung auch schon mal so. Und da hat es auch ein, zwei Monate gedauert beim Galaxy S8, bis die Performance wirklich auf dem Niveau war, auf dem sie sein sollte. Und das scheint hier jetzt wieder der Fall zu sein. Also da war mein Bauchgefühl wohl schon gar nicht so schlecht. Und ihr seht es ja jetzt auch hier wieder, die Displayhelligkeit wird jetzt überall runter geregelt, aber hier wurde sie als erstes runter geregelt. Ich bin mal gespannt, was dann am Ende auch die Temperaturentwicklung sagt. Aber ich wollte tatsächlich auch, dass ihr das mit dem Akkuverbrauch gut vergleichen könnt, wollte ich überall mit 100% anfangen. Aber wie es halt immer so ist, ich habe die alle drei auf 100% geladen. Aber die werden ja heutzutage nicht mehr auf 100%, sondern zwischen 95% und 100% geladen. Also das kann man so gar nicht mehr abpassen. Deshalb schaut euch einfach an, welchen Akkustand wir hier am Anfang hatten von diesem Video und welchen wir dann am Ende haben. Aber ich habe halt so die Erfahrung gemacht, auch was den Standbyverbrauch angeht und so weiter, habe ich ja schon gesagt. Ja, sind die beiden hier in der Mitte etwas besser. Die sind auch nicht perfekt. Da kommen die Updates nicht so schnell wie bei Samsung und so weiter. Aber was so die Performance, was den Akkuverbrauch angeht, sind sie aktuell tatsächlich auch ein bisschen besser. Aber ich halte euch da einfach auf dem Laufenden. Ich bin sehr optimistisch, dass Samsung das in den nächsten Wochen in den Griff bekommen wird. Ansonsten bin ich jetzt einfach mal still. Wir sind hier jetzt etwa bei der Hälfte angelangt. Ich spule das Ganze für euch vor. Wird jetzt in echt sicher nochmal so, keine Ahnung, vier, fünf Minuten dauern. Und dann sehen wir uns gleich mit den Ergebnissen wieder. Und jetzt sind alle vier fertig und tatsächlich auch hier sehr, 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 sehr eng beieinander. Wir haben hier überall Werte um die 800.000. Das ist OnePlus 10 Pro und das finde ich ganz interessant. Bisschen höher als hier das Oppo Find X5 Pro. Aber gut, das ist immer noch, wenn ich das im Kopf mal überschlage, unter fünf Prozent, oder? Das geht schon klar. Das iPhone kann hier gut mithalten, ist hier aber nicht mehr ganz oben. Und was auffällt, was die GPU-Performance angeht, der Snapdragon 8 Gen 1 tatsächlich sehr, 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 sehr weit vorne. Also das ist durchaus beeindruckend. Vor allem auch im Vergleich zum iPhone und natürlich zum Galaxy S22 Ultra. Das hatte beim letzten Mal, glaube ich, 810.000 oder so. Also hier scheint jetzt wieder alles zu passen. Keine Ahnung, was da im Geekbench eben los war. Zu guter Letzt wollen wir nun im 3D-Marker Wildlife Extreme Stress Test. Was für ein Name. Aber da wollen wir jetzt schauen, wie warm die Geräte unter Volllast werden. Und Volllast ist hier tatsächlich das richtige Stichwort. Denn da wird den Vieren jetzt wirklich 20 Minuten lang plattformunabhängig alles abverlangt. Ihr werdet sehen, die Display-Hertigkeit wird sehr nach unten geschraubt werden. Konnte man ja eben beim Antutu-Benchmark schon vermuten. Das wird hier jetzt sicher noch krasser werden. Und am Ende werden wir dann einfach mal schauen, welches Gerät am wärmsten wurde. Ob diese Anzeige eben beim Antutu tatsächlich gestimmt hat. Weil nach der müssten die beiden hier sehr warm geworden sein. Kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Aber ja, werden wir gleich sehen. Ich bin jetzt still. Ich werde das Ganze für euch wieder vorspulen. Ihr schaut einfach, welches Gerät stimmt am meisten nach unten. Das ist oft schon so ein guter Anhaltswert. Wo läuft das Ganze flüssiger? Gut, das könnt ihr dann natürlich in der Timelapse nicht sehen. Aber jetzt dafür. Wie gesagt, ich bin still. Und wir hören und sehen uns in 20 Minuten wieder. Wobei das für euch nur ein paar Sekunden sein werden. Und ihr habt es gesehen, nach ziemlich genau 20 Minuten sind hier alle vier Geräte zeitgleich fertig geworden. Die Displays wurden mitunter stark, also die Helligkeit nach unten geregelt. Und wow! Also, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das OnePlus 10 Pro fühlt sich hier deutlich wärmer. Und das Oppo auch als das Galaxy S22 Ultra. Das iPhone jetzt. Da bin ich jetzt mal gespannt auf die Werte. Wir messen jetzt gleich mal, bevor ich hier lang was anderes erzähle. Und sehen hier 44 Grad. Ja, 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 ja. 45 Grad. Mehr wird es nicht mehr. Wir schauen beim Oppo Find X5 Pro. 42, 43, 44. Ja, jetzt bei Samsung. 41 habe ich da schon gesehen. Aber das ist auf jeden Fall deutlich kühler. 40, 39. Und zu guter Letzt noch hier beim iPhone. 39, ja, ein bisschen mehr. Ja, 40, 41. Also das ist hier dann in etwa Galaxy S22 Ultra Niveau. Und ich kann euch schon mal sagen, ich habe die Geräte ja im Alltag, also im Alltag wurden die beiden nie so heiß. Wenn man nicht unbedingt diesen Hochleistungsmodus aktiviert in den Benchmarks, werden sie auch nicht so heiß. Aber das ist halt hier der Prozessor. Xiaomi zum Beispiel, die haben den bei Weitem nicht so gut im Griff. So viel kann ich schon mal spoilern. Das hat BBK hier einfach sehr gut hinbekommen. Aber wenn man den Prozessor natürlich freie Fahrt lässt, werden die Geräte warm. Das hält sich jetzt immer noch in Grenzen. Also man kann die immer noch problemlos in die Hand nehmen. Das seht ihr ja. Das sind keine 48, 49, 50 Grad. Das hatten wir ja teilweise auch schon mal knapp. Aber nichtsdestotrotz, die werden schon gut warm. Jetzt drehe ich nochmal alle vier um und dann schauen wir uns nochmal die Werte beziehungsweise die Stabilitätskurve an. Und dann zeigt sich das, was eigentlich schon zu vermuten war. Also was den besten, den höchsten Durchlaufscore angeht, gewinnen hier die Geräte mit dem Snapdragon 8 Gen 1 deutlich gegen den Exynos 2100. Dafür werden sie natürlich auch wärmer, sind in der Stabilität nicht ganz so gut. Und ihr seht es ja, die Leistung fällt dann hier natürlich auch relativ flott ab. Hier ist sie so ein bisschen konstanter, würde ich jetzt mal behaupten. Niedrigster Score allerdings hier auch deutlich höher als bei Samsung, die halt einfach mehr drosseln. Also zumindest, wenn man bei den beiden hier den Hochleistungsmodus aktiviert. Das iPhone hingegen, und das ist wieder ziemlich beeindruckend, die Stabilität, ja, ein Ticken besser als bei den anderen dreien, aber das ist jetzt in etwa ein Level. Aber es hat den besten Durchlaufscore und gleichzeitig auch den besten niedrigsten Durchlaufscore. Also ihr seht ja, glaube ich, was ich hier meine. 1918, 1615, 1618, 1192. Ja, also da, glaube ich, muss man dann auch nicht mehr diskutieren, welcher Prozessor hier unbedingt am effizientesten ist. Vor allem, wenn man das dann auch noch mit der Wärmeentwicklung vergleicht, das ist schon ziemlich beeindruckend. Was lässt sich abschließend sagen? Wie zu erwarten war, schlagen sie natürlich alle vier Geräte hervorragend. Vor allem die Grafikperformance vom Snapdragon 8 Gen 1 ist wirklich sehr beeindruckend. Generell tolle Werte, aber wenn man hier natürlich den Hochleistungsmodus aktiviert, dann werden die Geräte auch ziemlich warm. Das hat vor allem Apple besser im Griff. Samsung auch. Dafür haben wir hier aber natürlich dann auch nicht so hohe Werte. Das muss man fairerweise dazu sagen. Wenn wir uns jetzt den Akkuverbrauch anschauen, den finde ich vor allem beim Oppo Find X5 Pro dann ziemlich hoch. Das ist mir auch im direkten Vergleich aufgefallen. Vor allem bei sehr aufwendigen Dingen nochmal eine etwas bessere Akkulaufzeit liefert als das Oppo Find X5 Pro. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, Standby-Verbrauch auch hier ziemlich gut. Wir können jetzt der Vollständigkeit halber auch beim iPhone nochmal schauen. Das hat hier 85%. Da muss man, glaube ich, auch nicht mehr mehr dazu sagen. Das soll es von dem Video hier gewesen sein. Fand ich jetzt mal wieder sehr, sehr interessant. Also ich glaube, man kann zusammengefasst sagen, der Snapdragon 8 Gen 1, was so die reine Performance-Power angeht, auf jeden Fall eine Weiterentwicklung im Vergleich zum letzten Jahr. Aber wenn man bedenkt, dass der Prozessor hier natürlich ein viertel bis halbes Jahr jünger ist, das überlasse ich dann jedem selbst, wie man das bewerten möchte. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.